Foliengestalten ist ein unumgänglicher Teil in der Erstellung einer Präsentation. Aber wie kann man schnell eine wirkungsvolle Folie umsetzen, die meine Kernaussage verstärkt? Zunächst sollte man seine Kernaussage klar und verständlich formulieren, am besten in einer kurzen und prägnanten Headline. Wenn man diese Key Message nun mit einem großen, passenden Bild hinterlegt, hat man einen viel größeren Impact. Gerne kann das Bild metaphorisch sein. Zum Beispiel bei einer Präsentation an das eigene Team in Form einer Motivationsrede könnte man ein starkes Sportteambild verwenden. Wenn es um die Leistung geht, einen starken Gegenstand wie der Motor eines Muscle Cars. Zusammengefasst, Kernaussage oder Key Message formulieren, themenspezifisches Bild auswählen und beides miteinander kombinieren. zum Beispiel bei einer Klage Untertitelung des ZDF, 2020